meine lieben freunde willkommen zurück zu let's play the forest mit mir dem beretz und dem bruder seien sehr gut so was für eine ansage von dir vor allem habe ich immer noch ein stein warum kann ich hier nichts mehr anpflanzen ich will im garten was anpflanzen so ich habe alles vollgepflanzt warum konntest du das und ich nicht ich habe doch hier auch ich hier wahrscheinlich total viele sachen rumliegen habe im inventar 6 marigold 9 aloe vera 5 coneflower habe ich nicht aber ich habe metz auf jeden fall habe ich hunger wir müssen also ich muss das mal wieder hier in gang kriegen irgendwie schwindet unser essensvorrat gefühlstechnisch ja ich baue ja schon immer wieder also ich nenne ich jage ja immer schon wieder kaninchen weißt du ach so ich dachte kanibels ne ne kaninchen also ich jage sie müssen wir noch eben warten bis es bis es fertig gegart ist es schon bist du schon wieder hier am natürlich ich habe mal unsere türhalde gemacht okay ich habe übrigens elf tricep das war noch kaputt sage mal hier draußen der knochenfall der stonewall glaube ich wobei es mich wundert dass du den steinwall mit harz reparieren musst nicht irgendwie auch komisch ja 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 mir fehlt auf jeden fall nur einer einer fehlt mir noch ich habe eine kopfbombe noch bei mir wann habe ich die gebaut eine kopfbombe natürlich mal gucken wo der hinfliegt krafted club snowshoes nur snowshoes ne molotov bone armor rope rabbit fuhr stickback rockback das rockt ja voll baum fällt in die richtige richtung hallo kannst du die mal aufnehmen danke spasti nennt mich nicht so entschuldigung ey 57 von 109 hälfte ne ja herrlich Herr seien wie gut du bist ja ich weiß immer immer wieder nehm mal die karre mit ne ja nehm mal die karre mit den mach ich auch noch platt hier mach dich platt baum ich mach dich platt Junge wer soll mich holen wer Junge mach dich kaputt baum Junge los los fall in die richtung nein die ist nicht so geil oh Baum fällt ja sei an ja Baum fiel schon ah 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 oh es sieht so wunderschön aus mit der Sonne ehrlich dass wir immer nachts losgehen müssen ne ohne spaß ja irgendwie haben wir da so ein Talent für ja ich mach mal das Essen eben schnell bevor es hier los geht wieder ähh Feuer? Feuer? oh wir haben hier zu viele Knochen rumliegen ne nein doch Sherlock hm erstmal geilen Steak drauf gelegt Junge Gott 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 ja was? wie bitte? da fehlt an einer ein Stein ja ein Stein hat schon öfters gefehlt das wäre die Menschheit auch schon viel weiter ah stimmt so nächster Straßenbauabschnitt ist fertig geil new item discovered ach was welches denn was denn? jetzt kommt's weiß ich nicht ah cavefisch höhenfisch wo haben wir den jetzt entdeckt? keine Ahnung ahhhh hö 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 ich fühl sich eigentlich nur mal das Leben auf sage mal nur durch Medizin wüsste Was denn? Mach mal bitte dein Notizbuch auf. Und geh ganz hinten... Ich kann das Buch nicht aufmachen, wenn ich sitze. Wie bescheuert ist das denn? Und geh mal ganz hinten auf deine Notes. Das ist der Reiter ganz rechts. Und blättere mal bis zu den Notes fast am Ende. Hast du dazu völlig so ein Titelblatt? Ja, so R-F-A-L. TV-Stars, Wi-Fi, Dice. Wi-Fi vor allem. Oder Wi-Fi. The tragic accident exposed. Ich will ja nichts sagen. Das ist voll der Spoiler fürs Ende. Okay. Ist doch schlimm. Oh. Da hast du dann auch die Notiz. A dark-haired person who is trying to harm you will soon disappear from your life and you will be extremely happy. Nee, steht hier nicht. Okay. Ich hab nur das Titelblatt. Dann hab ich noch die Summer Edition Yacht. Brands of 1984. Was der so gesammelt hat hier. Nämlich. Interesting. Ich hab einen neuen Typenpuss im Bestarium. Lustigerweise steht er jetzt auf zwei verschiedenen Seiten und ist dasselbe. So, jetzt hab ich wieder so lange hier rumgetrödelt, dass ich wieder zu viel Essen verbraucht hab. Da hinten. I see him. So besser, ich sehe sie im Dunkeln. Wenn wir ihn verkloppen, haben wir unseren Kopf, den wir noch brauchen. Ja. Oh, Kopfgeldjagd, lass. Oh Gott, sind das viele. Das sind ja fünf Stück. Plus der, der da schön langgelaufen ist, wäre Nummer sechs. Da waren schon welche. Das war eine Vierergruppe, die vorher schon da lief. Oh, da sitzt zehn. Schaffen wir. Easy. Hast du die Steine gerade verdoppelt, Junge? Äh, hab ich. Nee, hast du nicht. Ich hab mir verguckt. Den Bug gab es ja mal mit Holz. Echt? Ja. Mit Holzstemmen. Wie cool. Ich hab mal im Multiplayer mal gelernt, da haben wir was gemacht. Da konntest du dir irgendwie ganz komisch backen, musstest die immer wieder aufnehmen, ganz schnell hintereinander und das wurden immer mehr. Cool. Haben wir das nicht, glaub ich, auch schon mal gemacht? Nicht, dass ich wüsste. Ich glaub, ich hatte ihn auch schon mal ausprobiert, doch. Ich hab ein Stock von Mission. Cool. Ich bin in diesem Spiel so hardcore paranoid, ne? Ich sah schon wieder einen laufen. So paranoid ist es gar nicht. Auf jeden Fall nochmal, ich hab hier ein bisschen Fell liegen, wenn du möchtest, kannst du es aufnehmen. Geil. Von was denn? Kann ich hier? Ja. Muss ich mal gucken, weil ich glaub, meine Tragkapazität dafür ist schon... Wobei ich habe auch, ich kann hier mir noch was craften, so fehltechnisch. Ja. Ausgereizt. Ach! Äh, Riot Fresh Fisch. Wo kommt denn der scheiß Fisch auf einmal her? Was hab ich mir jetzt gebaut? Das gibt keinen Sinn, was fehlt ihm? Ja, wahrscheinlich einen. Ich hab mir einen Köcher gebaut, wie cool ist das denn? Ja, den hab ich auch schon. Ich hab ihn auch nicht. Jetzt kann ich den hier wieder aufnehmen. Jetzt hab ich zwar kein Seil mehr. Endlich, Rockback. Mehr Steine. Ich glaub, zehn Stück kann ich damit dann transporten. Äh, hab ich grad das Fell hier verloren? Nö, ne? Ich hab das Fell aufgehoben. Achso, okay. Oh, ich dachte schon. Irre Farce disappeared oder so. Nö, nö. Ach komm, im Ernst? Okay, das war's mit Steinchen. Hm. 60 von 109 fürs Häuschen. Ja, zehn Steine kannst du dann mit der Tasche insgesamt tragen. Es wird. Wollen wir, ähm, schlafen gehen? Ist ja dunkel. Ähm, ich würde eigentlich gerne vorher nochmal schnell was schnecken. Ich packe mir mal den Fisch... Ach, halt doch die Fresse, nicht jetzt. Wollen wir auch mal schlafen gehen? Nö, ich würde die gerne vorher nochmal kalt machen. Aber ich muss kurz auf meinen... Oh, das ging schnell. Ich möchte auch gerne was essen eigentlich. Was draufgepackt, ne? Ja, hast du. Hab ich. Hallo. Hallo. Ihr seid auch schnell unterwegs, Kinders. Juhu. Ihr seid aber schnell. Ihr seid ganz schön viele. Was? Er hat mich aber weg teleportiert hier. Schubser nach mich hier. So, du bist tot? Ist tot? Er ist auch tot. Oh, es ging doch schnell. So. Ich mach mir eben den Kopf ab. Ja, genau. Mach mal. Ich esse eben schnell mein Häschen. Vom Armbrot noch immer schnell drei Kannibalen getötet. Macht man so, oder? Ja, ich denke auch. So. Und zünd ihn an. Zünd ihn an. Zünd ihn an. Yes, ich zünd ihn an. Zünd ihn an. Zünd den Knaller. Huijododsda. 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 Huijododdoda. Huijod. Sehr gut. Zwei Behinderte auf einer Insel, ich merk schon. Ja, läuft. Die Frage ist, wie lange der zählt. Ja. Mit Feuer. Keine Ahnung, aber wir haben erstmal unsere Ruhe. Du weißt ja nicht, wie die Spielmechaniken funktionieren würden. Ich auch nicht. Wie sieht denn der Nahrungsmittelvorrat aus? Sollen wir die Typen nochmal schlachten und hier aufhängen? Da reicht das theoretisch erstmal. Das reicht auf jeden Fall für ein paar Tage. Aber da sind schon wieder, hier sind schon wieder fünf neue. Du nicht, du nicht, Aua, 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 Au, Au! Oh nein, nicht dein Ernst. Er hat noch ein bisschen Zeit. Ja. Kühl sie erstmal. Finish. Oh, das ist ja fix. Komm schnell, mein Ausdauer ist am Arsch, ich muss den hier töten. Oh, oh. 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 Wow. Bin wieder da, bin wieder da, bin wieder da. Gut, hast du schon geregelt, Junge. Wir haben plötzlich alle auf alle auf mich reingeschlagen. Das war haarig, muss ich gestehen. Das war ein bisschen haarig. Da sind noch mehr. Junge, Junge. Noch eine 4er Gruppe. Kinder? Alter, willst du mich wegschubsen? Was ist denn los? Oh, ein Kalt, der liegt auf den Boden, tritt nochmal nah an den Arm. Was zur Hölle? Was? Was denn? Also bei mir ist das Spiel echt noch ein bisschen buggy, musst dir mal die Folge angucken bei mir. Okay. Ich habe gesehen, dass sie mich halt immer kilometerweit schubsen, wäre fast den Abhang runtergefallen, hat der Typ plötzlich so eine Fackelausrüstung gespawnt bekommen auf dem Rücken. Ah, schade, das passt nicht. Die hat er ja jetzt schon bei mir vorher. Bei mir nicht. Bei mir ist sie gespawnt, als er gestorben ist. Ich brauche unbedingt Rüstung, ich habe keine Rüstung. Wie baue ich Rüstung? Wir haben genug Knochen, warum kann ich mir keine Knochenrüstung bauen? Also, das hatten wir vorhin, glaube ich schon. Du musst erstmal gucken in dein Inventory, also in dein Buch. Ja. Da wird das beschrieben, wie du das machst. Ja, das kann ich nicht lesen, das ist so klein. Hä? Ja, das ist halt nur so ein Buch. Es ist nicht mehr so groß wie früher. Dein Ernst? Ja. Bei mir ist es alles klipp und klar. Da steht, äh, Make Bone Armor by Combining Six Bones with Three Cloth. Hab ich dir aber, glaube ich, zu der ersten Folge schon mal gesagt. Hätte er nicht aufgepasst, den Busch? Boats? FNGs? Boats, Boats, Boats. Stats? Was sei das? Was denn? Plötzlich ist alles schwarz geworden und das Bild kam wieder. Okay. Dieses Spiel. Bist du unterernährt? Ne. Ne. Ich bin quasi voll. Ist das nervig. Mach noch mal ein paar. Ich kann das nicht lesen. Also. Mh, 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 mh. Mama, Köpfe zwei, drei. Wo steht denn das? Do it yourself, Crafting Guide, Nature Guide, Bestiary, Stats, To-Do-List, FNGs, Boats, Traps, Furniture, Decorations. Warum auch immer Decorations? Custom Buildings, Storage, Food and Water. Unter welcher Kategorie ist denn das? Irgendwo hinten bei Dingens halt, ne? Weiß schon. Ne. Jo-oh-oh-oh-oh. 57 Baumstämme, okay. Gut. Und da laufen sie wieder. Hm. Macht das Feuer an. Was ist das? Okay. Hole cutter? Okay. Das Affission-G ist kaputt gegangen. Ja. Das war irgendwie komisch gerade. So, zerleg mal die anderen. Ich habe hier schon neue aufgestellt. Da gibt es nicht viel zu zerlegen. Also viel hat der... ...quasi nichts übrig gelassen. So. Kleine. Die haben aber nicht so viel gebracht, ne? Waren ja trotzdem da. Ja. Die Jungs. Ich denke, ich versuche jetzt mal mehrere kleine halt, ne? Hm. Was, ein Leichenhaufen. Junge, Junge, hier stinkt's. Entschuldigung, das bin ich. Das ergibt sowas von keinen Sinn. Aber ich finde hier halt wirklich keine Rüstung, ne? Also. Boah, das finde ich aber cool mit Fliegen. Im Endeffekt kann ich noch gar nicht. Dann packe ich aber mal richtig hier hin. Alle auf den Haufen, bitte. Danke. Hm. Ist schon klar. Findest du so, ja? Ja. Na cool. So, ich mache hier unten nochmal ein bisschen Verteidigung für... ...Fans. Bohnenfans könnten wir theoretisch... ...machen das mal... ...ne Tour belassen. Der Stein ist weg. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Der Stein ist weg. Es stehen merkwürdige Dinge auf dieser Insel. Auf jeden Fall. Was ist denn da unten? Nichts, nichts. Achso, ich verstehe, warum auch immer. Aber gut. Na ja, weil, damit die das Fundament nicht von der Seite angreifen können. Achso. Also theoretisch hier langlaufen können und deswegen verhindern, dass sie da unten rankommen. Ah, ich verstehe. Na gut. So. Mach noch mal das Feuerchen an. Aber es windet. Ich gehe ins Haus. Wollen wir vielleicht mal einen Ausflug nach unten machen? Ins Warme? Frag ich mal ganz vorsichtig. Könnten wir tun. Aber erst in der nächsten Folge. Ah, schon wieder soweit. Mensch. Ja, 22 Minuten. Hey, je, meine. Muss mir angewöhnen, öfter auf den Timer zu gucken. Wobei 22 geht eigentlich voll. Ja. Gut. Was haben wir gemacht? Nichts. Einfach nichts. Ein bisschen accomplished. Ja, sehr gut. Läuft bei uns. Okay. Also freut dich auf die nächste Folge, wo wir nichts tun. Ja, richtig. Alles klar, sehr gut. Bis morgen. Tschö, tschö. Tschö.